In der Berliner Bergmannstraße hat die Stadt etwas Revolutionäres ausprobiert. Sie hat Parkplätze weggenommen, um Platz für Bänke, Blumen, Fahrradständer und sichere Übergänge zu schaffen. Leider war die Politik nicht mutig genug, auch den Durchgangsverkehr um den Kiez zu leiten. Und einige waren unzufrieden mit den grünen Punkten auf der Straße und mit den sogenannten Parklets, den gelben, mobilen Sitzgelegenheiten. Deshalb will die Lokalpolitik nun am 23.09. alles wieder zurückbauen. Wir sagen, der Durchgangsverkehr soll schnell verhindert werden und die Veränderungen in der Bergmannstraße müssen bleiben, bis etwas Neues, Besseres kommt. Diesen neuen Raum für Menschen statt für Autos, den geben wir nicht mehr her. Und du kannst uns dabei helfen. Unterstütze unseren Einwohnerinnenantrag an das lokale Parlament, die BVV, und hilf mit bei der Unterschriftensammlung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!